Wir rechnen das mal durch hier für dich, ja? Im Stream kommen so im Schnitt 300, kommen immer rein. Bei einem besseren Stream 4 bis 500, aber auch gern mal 650, 700. So, gehen wir jetzt mal von einem Schnitt von 500 aus. 500 Subs, eine Minute, machen die meisten, ja? Eine Minute pro Sub sind wir bei 500 Minuten. Digga, ich habe jetzt gerade wirklich 500 mal 1 gerechnet. Buko, wenn du das reinmachst, ich schwöre bei Gott, dann ziehe ich dir die Jammelbeine lang.